Auf der anderen Seite, da sieht man zum Beispiel, das ist wieder eine andere Genetik. Die ist etwas fluffiger, aber dafür auch viel buschiger, viel größer. Wie der Hanf eigentlich zu euch gefunden hat, dein Vater hat den Samen verloren, also der ist schuld. Und vor allem weg von der Schmuddelecke, weißt du jetzt nicht, dass man sagt, okay, es sind alles nur Käfer, die eh alle nix arbeiten, was überhaupt einem stimmt. Es hilft wirklich, leider ist mir jetzt echt laut, dass man sagen muss, für die Politik, es hilft wirklich jedem. Total, total. Ich arbeite eigentlich 24,7, 24 ist übertrieben, aber 7 stimmt, gell. Ich fühle mich trotzdem frei, ich fühle mich wie im Urlaub. Ich würde sagen, ich wäre gerne Medizinal-Hanfbauer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017